Und Leute, da bin ich wieder. Kleiner Raptor. Nun, was machen wir? Guten Morgen. Okay, ich brauche mal so einen Dicken. Ich bin ja jetzt das erste Mal gestorben. In der letzten Folge. Aha. Hm. Wir haben noch Betäubungspfeiler. Ich glaube, die rüsten wir gleich aus. Aber wo ist unser Flug? Irgendwo muss doch der Flugdrache sein. Hä, spinn ich? Wo steckt der? Oder hat das Vieh alles getötet? Spin ich jetzt? Hm. Ja, wir haben keine Tierchen mehr, oder? Der hat alles getötet. Das ist die Frage. Habe ich noch ein bisschen Fleisch? Wo ist das Feuer eigentlich hin? Hä? Inventar. Dann baue ich mal schnell ein Feuer. Flint fehlt mir dafür. Okay. Hol ich mir jetzt schnell mal ein bisschen Flint hier. Okay. Ja, Lauf. Kommt mit mir ins Wasser und wundert sich, wieso er Schaden bekommt. Ah, ja. Hm. 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 Wo habe ich denn bauen? Da. Diesmal hier hin. Inventar öffnen. Ein bisschen fasern. Habe ich noch gekochtes Fleisch? Vielleicht? Holz habe ich noch. Das ballere ich auch da mal rein. Feuer entzünden. Jetzt die Frage. Fleisch. Ist nichts haben Fleisch. Das heißt, ich töte ein großes Tier. Gut. Mal ein Dodo. Filetiert. Schon sieben Fleisch. Passt. Das haue ich gleich rein. in den Grill. Na. Das wollte ich nicht. Guck mal. Inventar öffnen. Feuer entzünden. 14 Stück. Ich brauche zwei Stück. Gekochtes Fleisch. Damit sollte ich auskommen. Drei. Vier. Ja komm. Das reicht. Hi Hasi. Mal aufs Bafel wechseln. Hier liegen überall Eier rum. Das Nilpferd. Nein. Nilpferd. Ich habe nix Bock. Da. Ein, der war es noch nicht. Gut. Inventar öffnen. Wo habe ich denn jetzt das gekochte Fleisch? Ach hier. Hm. Ist jetzt zwei Fleisch rausgedroppt? Aus dem einen Dodo? Okay. Ein Fleisch. Ist normal. Aber okay. Ja wie lange brauchst du jetzt? Das ist halt der Hunger. Hm. Oh. Abbrechen. Du bekommst keinen Namen. Äh. Ich habe einen Sattel für dich. Äh. Unter was fällt Sattel? Hier. Hm. Bauen wir gleich ein. Inventar öffnen. Da. Sattel. Gleich drauf. Jetzt können wir wieder fliegen. Was ist mit dem Nilpferd los da? Das mit den roten Augen sieht halt nicht freundlich aus. Wir fliegen mal nach oben. Wir fliegen mal nach oben. Wieder ein bisschen Überblick bekommen. Oh bin ich weit oben. Das ist unser Gebiet. Das ist unser Gebiet. Da ist das Meer. Sieht aber ganz schön aus. Hier drüben sind Ressourcen. Okay. Wir fliegen mal runter wieder. Nein. 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 Du. Nein. Du elendiges Nilpferd. Okay. Jetzt ist es amtlich. Ich muss mich verteidigen. So. Wir bauen eine Burg. Wie groß muss so eine Burg eigentlich sein? Dass die nicht mehr reinkommt. Dodo verschwind. Gut. Gut. Ich mach mal so eine kleine. Okay. Okay. Wir haben uns gemütlich... Ah, ja... Ja... Hm? Hm? Wieso habe ich so viel Stein? Überhaupt? Von was denn? Ich glaube, zwei reicht... Hm? Ich mache aber noch drei hoch... Also ich komme schon gar nicht mehr rein... Okay... Dann mache ich drei hoch... Dann habe ich hier mal eine Festung... Mit einem Nilpferd drin, was böse ist... Was ist ein Nilpferd? Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt... Mh, hm, hm... Hm, hm, hm... Hm, hm, hm... Hm, hm, hm... Die können ja wahrscheinlich nichts abbauen, oder? Die Tiere... Hoffe ich zumindest... Okay... Okay, das sollte reichen... Hier kommt jetzt nichts mehr rein... Und du Nilpferds... Nur mal so am Rande... Ich nehme dir das jetzt übel... Hm... Hm... Verstehst du? Hm... Hm... Nein... Okay... Okay... Geschafft... Ein paar Pfeile... Kriege ich noch zurück... Ja... Schön... Da wird jetzt gehackt... Schnitzelt... Bisschen Leder... Weg... Okay... Das ist unsere kleine Festung hier... Hm... Hm... Ja... Kleiner Vogel... Tut mir leid's... Gut... Dann muss ich mir jetzt einen neuen holen... Äh... Leben... Äh... Die... Die falschen Pfeile sind das... So ein Betäubung Pfeil... Hi Digga... Da ist einer... Wieder so ein Level 1er wär gut... Den ich einfach hochzüchten kann... 14... 18... Ah... 14er... Komm... Okay... Bekochtes Fleisch... Hm... 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 Kann ja auch ein bisschen Holz hacken... Solange der schläft hier... Kann nicht schaden... Kann nicht schaden... Ich kann auch einige Pfeile... Wieder herstellen... Waffen... Alle herstellen... Was geht's... Okay... Dann kann ich hier ja jetzt noch ein bisschen Flint abbauen... Gut... Abbrechen... Na Großer... Du gehörst jetzt mir... Let's go... Hm... Hm... Wir fliegen jetzt da rein... Äh... Wie viel Folgen... Deaktivieren... Nein... Okay... Ich hab gesagt... Nicht folgen... Ah... Ja... Gut... Das ist jetzt... Ich brauch hier ne... Richtige Tür... Ähm... Ich hab doch ne Steintür, oder? Da... Ja... Das setz ich jetzt mal da rein... Ach... Das ist... Das ist ein Fenster... Keine Tür... Äh... Ups... Hm... Ich brauch ne Tür... Da... Und wenn da... Ähm... Warte... Die denn jetzt hingepackt... Achso... Ach... Sieben... Sieben... Dann muss ich hier die zwei rausnehmen... Okay... Na Kleiner... So... Hier sind wir ein bisschen sicher... Da oben ist ne Schatztruhe... Was ist da drin? Ne Schatztruhe... Bin ich da gestorben? So... Inventar öffnen... Da sind Knochen... Okay... Das ist so ne Pferd... So ne Schildkröte... Wer gewinnt? Ah... Was ist da drin? Ah... Das war das... Okay... Keratin... Bisschen... Das Nilpferd... Nimmt nicht mal das ganze Fleisch... Sollte ich schon verwerten, oder? Fällt ja auch der Meinung... Dut... 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 Alter... Erschreck mich nichts ab... Hm? So... Hier sind sehr viele von den blauen Bären... Also von den schwarzen Bären... Von den schwarzen Bären... Da krieg ich manchmal 18 Stück raus... Da zwölf wieder... Ist gut... Das heißt ich kann hier... Ne Zange... Aus Kupfer... Das heißt ich hab hier irgendwo schon ne Schmelze... Erforsch mal alles... Das erforsch ich auch mal... Das Boot... Hm... Was braucht das? Einen T-Rex Schädel... Mhm... Federn... Einen Dodo-Käfig könnte ich auch bauen... Ah... Das ist so ein Riesentor... Ich glaube ich sollte nicht so klein bauen... Ist das glaube ich zu klein... Ist das... Hei... Das... Dass das mich nicht angreift... Wart mal... Äh... Der... Wo ist der Dodo-Käfig... Ich sehe denn jetzt hier nichts. Dodo. Ich glaube, ich baue mal ein riesiges Haus, oder? Als erstes. Hier freue ich mich um das hier kümmere. Was ist das denn? Okay. Keine Ahnung. Nehme ich mit. Ich glaube, ich muss in der Forschung halt wesentlich... Ich kann ja jetzt hier schon Eisen. Kupfer. Eine Kupferrüstung. Ich gehe hier relativ schnell. Dann kann ich hier wahrscheinlich die Schmiede bauen. Ich könnte... Öl herstellen. Hm. Ich brauche unbedingt ein Haus. Wie ist der da reingekommen? Ist das wirklich da drüber gelatscht? Ach, Menno. Kann doch nicht wahr sein. Weg da. Weg da. Mhm. Wer ist da drinnen gefangen. Hm? Der ist jetzt da drinnen gefangen. So, aber auch ein entspannter Stream immer. Jetzt hier. Neun. Ach, das Falsche. Verschwindet. Verschwindet. Hier. Hier. Erdblock. Das ist das richtige Neun. Ach, Mist. Okay. Wie baue ich das hier am besten? Hier zum Beispiel. Kleines Holzhaus. Das heißt, ich brauche jetzt zum Bauen das. Das. Ah, nein. Stimmt. Ich baue eins davon. Eines davon. Holzwanz. Wo steckt das ganze Zeug jetzt? Ah, okay. Äh. Das, das, das habe ich. Oh, das ist wirklich aus Stein. Ah. Du. Holzwand. Geh hier hin. Geh hier hin. Hm. Steinwahn. Steinboden. Ich glaube, ich baue einen Steinboden. Hm. Muss ich dafür jetzt hier den Boden ausheben? Oder mache ich das so leicht erhöht? Ich glaube, ich mache das leicht erhöht. So geht das nicht. So geht das nicht. Ach so. Ich muss das, glaube ich, anders machen. Äh. Äh. Bauen. Steinwand. Steinboden. Ich mache davon jetzt mal. Äh. Hm. Weißt du was? Kann ich das hier einfach eingeben? Nein, neun. Gegenstand herstellen. Okay. Und. Und. Okay. Mmh. Okay. Okay. das ist jetzt gar nicht mal so groß hier noch eins rüber wenn da jetzt noch eine wand drauf kommt dann ist nur die fläche hier ein kleines haus vorerst sollte das schon reichen jetzt schaltet sich erst der bot ein lol war das jetzt so verzögert gut bauen stein ich habe kein stein mehr holz habe ich aber noch holzwand da mache ich mal 200 99 ok gehen wir mal auf ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das mit der Tür ist jetzt blöd Wart mal, mach ich das anders? Kann ich das nicht abnehmen? Ich kann das jetzt nicht einfach so abbauen, oder wie? E? Nein Das ist das Falsche? Du willst mich doch verarschen, oder? Das dauert ja ewig, bis ich das weg habe Ich kann doch die Blöcke doch irgendwie versetzen, oder? Das muss doch irgendwie gehen Ein Lantar? Ja, dass das mal weg ist Gibt es irgendwie ein Werkzeug? Wo ich das... Hm Da weiß ich jetzt nichts Eine Farbe Wie kann ich Blöcke entfernen? Das ist hier mies Inventar? Wie kann ich den Blöcke entfernen? Ja, das ist mal ein kleiner Wie sieht es auch mit der Zeit aus? Ja Ganz gut Wie kann ich die Blöcke entfernen? Ja Ja Wie va denn? Wie kommt es nicht ab? Wie ist es wohl eigen? Ja Ich bin... Wendurch ... Wendurch Ich muss ihn nicht unterziehen Bis zumечатdhof Tee, Tee, Befehl, was sind die Befehle, lol, alles so ne, dann ist das Oberli aus, ach, das ist schön, äh, blöde Frage, ach, ich kann da nicht mehr zielen, äh, das geht mit K, ok, 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 das ist das, verstehe ich nicht, wie kann ich Blöcke abbauen, ich will das so nicht lassen, wenn um mich jetzt 8 muss ich das hier so machen, oder wie Hier vorne Okay 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 dass das nach irgendwas aussieht muss ich da schon ziemlich weit nach vorne das finde ich schon noch raus das zeug hier abbaue hier ist stein ok das würde ich so lassen hier also ich habe kein stein mehr stimmt das kann hier gar nicht gehen kann ich kann jetzt nicht über nacht schlafen ist irgendwie blöd befehl folgen deaktivieren okay ich habe ein problem mit dir kann ich ihn schon themen nur mit 30 der läuft einfach raus das ist einfach raus gelaufen ist jetzt irgendwo ohnmächtig geworden ich kann mir doch eine kleine armee heranzüchten ich habe kein fleisch doch ich habe fleisch gut da ist noch einer ich krieg dich er hat ein hohes level hab dich ach da liegt er ok ein bisschen fleisch kloppen sechs aufrufe aber sonst nichts schade 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 marmelade ok ich gehe mal hier rüber wie sieht es aus abbrechen inventar 7 8 8 8 8 8 9 12 und und Fleischi. Achso, hier habe ich noch. Okay. Und so. Ich brauche jetzt noch Fleisch für den anderen. Okay. Konventar öffnen. Na, was hast du hier? Schönes Fleisch hier. Nehme ich das noch mit. Hm. Wir werden noch ein bisschen brauchen. Ein bisschen Holz noch mitnehmen. Oh. Ablehnen. Jetzt kommt gleich der nächste. Ablehnen. Okay. Ja. Meine Flugarmee. Angriff. Alle auf hin. Hä? Auf hin. Okay. Das muss ein Tier sein, was mich selbst auch angreift. Ah, ne. Mach ich nicht. Hm. Kann ich vielleicht so einen Raptor zähmen? Sechs. Aber wahrscheinlich, wenn ich den angreife und er greift mich an. Ja, er schläft. Der Rabbi schläft. Ich habe kein Fleisch. Wart mal. Inventar öffnen. Geh mal her. Inventar öffnen. Raptor. Fleisch. Kleiner Raptor. Ich glaube, ich habe was Falsches eingestellt. Ei, ei, ei. Gut. Meine kleine Armee. Ich bin jetzt hier im Dschungel. Hier ist es normalerweise ein bisschen gefährlicher. Vor allem wegen den Raptoren. Die sich hier rumschleichen. So ein Nilpferd wäre schon toll. Da. Gut. Keine Pfeiler mehr. Wow. Ah, ein Bohrer. Zum Erz abbauen. Okay. Ich sollte mal Erz abbauen gehen. So. Raptor. Du. Wie viel Folgen deaktivieren. Ihr folgt mir. Jägen. Mal kurz. Auf eine Reise. Hier ist ein Rohstoffvorkommen. Ich steige mal ab. Mach ich das überhaupt verbutt. Da tut sich gar nichts. Map. Ich habe die komplette Map schon. Hä? Da ist ein Krakadil. Das schleicht sich einfach von hinten an. Hi Raptoren. Hier ist die Wüste. Mal ein bisschen erkunden hier. Skorpion. Das sieht hier cool aus hier. Hier eine Burg drauf bauen. Hier vorne einen großen Turm. Das wäre schon was. Da ist ein schräger Vogel. Hier ist ein Krop. Okay. Da kommt was. Oder? Oder ist das schon unten? Habe ich da jetzt nicht genau hingeschaut. Bin ich schon an der höchsten Stelle? Uiuiui. Oh, jetzt. Jetzt aus Versehen absteigen. Das wäre es. Okay. Kommt da was? Die Ausdauer ist aber auch viel zu gut. Und Falke. Nein, danke. Ich habe nichts Bock auf Falke. Was ist das hier alles für ein zerklüftetes Gebiet? Das ist hier wild. Da drüben. Kommt da was runter? Ist das mitten im Meer? Das drüben sieht auch cool aus. Das ist ein Teleport. Das hier sieht cool aus. Einfach so ein Loch in der Wüste. Äh, im Meer. Ist hier was drin? Das hier cool. Das ist ein bisschen Wasser, aber... Einfach so ein ausgeschnitten. Ein Seepferdchen? Oh, nein. Das scheint böse zu sein. Böse Seepferdchen. Böse Seepferdchen. Was ist da? Ist das hier? Das ist genau hier. Okay. Ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch eingestellt. Bin ich mir jetzt mittlerweile fast sicher. Oh, ich habe, glaube ich, den Livestream auf dem falschen... Ich habe das gar nicht aufs Livestream gemacht, oder? Nun gut. So, wo ist mein Zuhause? Ach, da drüben. Hier. Das ist ein Raptor. Schön. Braver, Raptor. Meine kleine Flugarmee hier. Gut. Ich muss jetzt ganz kurz hier mal was nachschauen. Bearbeiten. Livestream. Fertig. Speichern. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt so funktioniert hat, wie ich wollte. Aber okay. Dann, Leute, war es das auch hier für... Pixar Arc. Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.